Herzlich Willkommen wieder zu einer weiteren Behandlung der Augenringe. Hier zeige ich gerade mit der Spitze der Kanüle, was wir behandeln werden. Ich sage immer, diese Augenringe bei Männern, gerade wenn die auch Tränensäcke haben, ist es besonders schwierig. Und auch hier in dem Fall, auch wenn es so leicht aussieht, muss man natürlich auf viele Feinheiten achten. Ich denke, das ist für jeden Patienten auch klar. So einfach kann es gehen, wenn man es durch ein verharzt für klassische und ästhetische Chirurgie durchführen lässt.